Hallo und Willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 1. Im ersten Teil hat uns der König in Richtung Norden geschenkt, wo wir auf den Chaos-Nabell getroffen sind. Heute haben wir den bösen Ordenswitter Garland besiegen. So, den legen wir auch gleich mal weiter. Wir wollten gerade die beiden Räume ausräumen. Und ja, machen wir mal weiter. So, was ist hier drin? Eine Potion und ein Delt. Ja, okay, weiter geht. Jetzt noch ein bisschen trainieren, damit wir stark genug sind, damit wir auch gegen Garland über uns ankommen. So, die Fabric-Shops benutzen. Und, äh, so, jetzt sind wir schon deine vier. Ja, eigentlich können wir jetzt schon gegen Garland. Kommen, wir versuchen es mal. Eigentlich, aber ich will jetzt noch nicht gegen einen so schwachen Gegner failen. Aber, naja, wir probieren es einfach mal. Hallo, Garland. Garland, endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben seiner Prinzessin liegt, wird er mir Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen. Huh, wer ist das denn? Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ach, ich verstehe. Ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem er euch anzulegen gedenkt. Aber genug. Der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Stadt sprechen. Das ist ein Spiel. Merkmacke. So, Garland. Oh, das sieht immer ein bisschen besser aus, als ich das hier gesehen habe. So, ähm. Wollen wir mal vorher ausprobieren, wieviel das bringt. Och, nee. Ich hab vergessen, vorher mich zu heilen. Oh, peinlich. Peinlich, 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 peinlich. Ich will jetzt nicht gleich fliegen. Nein, 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 nein. So ein Mist, 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 so ein Mist. So. So. Mh, das ist von Sentinel's Potions weiterhelfen. Du, dann. Du, setzt, geht. Dann potions auf dich selber ein. Du setzt auch nur... Na, ich hab noch eine Potion. Warum? Gestein! Angriff, Angriff, Angriff. Und du. Oh, jetzt hat sie auch keine... Oh Mann, das ist so... Ach, der ist ja schon tot. Naja, wir haben das gut gemacht, ich hatte auch keine Angst. Ähm, naja, wir werden mal gucken, was die Prinzessin zu uns sagt. Was ist nun passiert? Ihr seid meine treuen Retter? Ich bin Sela, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich zum Schloss. Mein Vater wird euch danken und sicher erkenntlich sein. Wir sind jetzt mit dem Schloss. Nie habe ich an eurem Mut und an eurer Tatkraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Königreich sind euch zum Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass sie die Kämpfer des Lichtes aus Dukans vor Verzeihung seien. Vier Kämpfer mit Schiffkristallen werden erscheinen, wenn die Welt von Lichter Dunkelheit verschaffen wird. Sie werden nach Licht der Kristalle wieder aufhören. Sie werden nach Lichter entfahren, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Container gibt es den einen Kristall, das den Glanz erloschen ist. So gesagt, so sagt man. Stell den Glanzkristalls wieder her. Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse von dir in uns ewig zu verbanen. Mann, was hab ich heute? Wie versprochen, ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordnet. Geht nun und erfüllt diesen Welt wieder mit Licht. Meine trapte, ein Kämpfer. So, jetzt kommt ne tolle Musik und weiter geht's. Aber das, was wir jetzt machen müssen, hier, wird der Prinzessin reden. Denn die gibt uns was Wichtiges. Und zwar, oh, jetzt hab ich recht vorgelesen. Entschuldigung. Wir haben jetzt die Laute erhalten. So, die werden wir im späteren Spielverlauf noch brauchen. So, na, woher wir weitergehen? Und dann, 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 dann. Gehen wir mal wieder raus. Ich hab' nichts gemacht. Aber bevor wir weiterziehen... Oh, die Sequenz. Entschuldigung. Weil wir wollen uns vielleicht noch ein paar Potions kaufen. Die sind ja uns ja ausgegangen. Und wir wollen einmal übernachten. Männer, Befehl seiner Majestät, dem König. Die Provenzeiung Lukans hat sich erfüllt. Sputet euch. Jetzt geht's aber schnell. So schnell will ich auch mal ne Brücke reparieren können. So, gleich wie es fertig sein kann. Ich weiß gar nicht, was mir nachkommt. Äh, lassen wir uns einfach überraschen. So, sie ist fertig. Gucken wir mal. Was hat eigentlich der Woe oder Brücke mit der Provenzeiung zu tun? Ja, damit wir auf den nördlichen Kontinent kommen. Was? Wir sind hier in Cornelia, die Vielkämpfer des Lichtes. Und ihr Weg... Oh, ja, der sagt sogar noch. Und ihr Weg führt sie nach Norden. Gut, dann, heute mal raus geht's. Danke. Stadt Cornelia. Nein, bevor wir ins Innengehen, werden wir erst mal, äh, uns ein bisschen mit Tränken eindecken. Und einmal über die Nacht schlafen. Wir haben 450. Chill. Du hast erstmal verkauft. So, kommst du jetzt zum Stück. Dann wird's mal eingedeckt. So. Weiter geht's. Ach, hier kommen wir ab. Nein, wir wollen nur noch schlafen. So, weiter geht's. Hättet sich willkommen. So nach 30 Jill. So mal ist auch wieder los. Ähm, ja. Das war halt nur ein bisschen schneller. Dauert das zu lange. So. Unser nächster Weg führt uns nach Norden, wie uns gesagt wurde. Also machen wir uns mal auf den Weg. Ein Kampf gegen Goblins. Naja, diese kleinen Gesellen kennen wir ja schon. Also besonders stark sind sie an. Bei diesem kleinen Gesellen werde ich einfach mal überspringen. Huch. Das war ein Kostab-Sack. Weiter geht's. Oh, tschüss. Wieder so. Weiter geht's. Oh, und wir können wieder rutschen. Was passiert jetzt? Okay, Sequenz. Ich bin jetzt mal ruhig. 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 Bis zum nächsten Mal loose. Und, bitte. Danke, wiederatmen. Danke schön. Ich bin jetzt mal ruhig. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, just done!